Es schüttet wie aus Eimern, die Tropfen hängen den Teilnehmern in den Augen, nur schwer können sie sehen, geschweige denn richtig anpacken. Und trotzdem halten sie alle durch und geben ihr Bestes. Allein aufgrund dieses Durchhaltevermögens haben die Teilnehmer des ersten Bierkisten Querstapelwettbewerbs schon reichlich Anerkennung verdient. Und dazu haben sie auch noch eine gute Tat vollbracht, denn die Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge freut sich aufgrund der Aktion über Spenden in Höhe von 194 Euro. Bernd Feldmann vom Organisationsbüro Feldmann in Jever hat am Samstag den ersten Bierkisten-Querstapelwettbewerb ins Leben gerufen. Dabei mussten die Teilnehmer so viele Bierkisten wie möglich in der Waagerechten aneinander stapeln. Wie schwer das ist, das haben allein die Gesichtsausdrücke gezeigt. Denn beim Halten muss eine erhebliche Kraft aufgewendet werden. Für jede gestapelte Kiste wurde ein Euro an die Fahrradwerkstatt Jever gespendet. Kiste. 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 Kiste.